Hallo Herr Mohr. Ah, okay, David. Zunächst einmal vielen Dank, dass du uns einen Einblick in deine Welt gibst. Du bist Anfang der 90er Jahre nach Europa gekommen und hast deine Karriere in Deutschland mit einer Originalproduktion von Miss Saigon begonnen. Du bist für Könige und Königinnen aufgetreten. Du warst Botschafter der USA, hast für den Papst und zahlreiche Staatsmänner und Frauen gesungen. Während deiner Zeit in Schweden warst du als The Voice of God bekannt. Vielfach talentiert, mehrsprachig. David Mohr ist der Mann mit der gewaltigen Stimme, die Herz und Seele berührt. We'll meet, we'll meet, we'll meet beyond that shore. Vielen Dank. Wir können es kaum erwarten, David Mohr live zu erleben. Off in the night while you live it up, I'm off to sleep, waging war against the poet and the beast. I hope it's going to be paid. I hope it's going to make you notice. Yeah. I hope it's going to make you notice. Oh, oh. Someone like me. Oh, oh. Someone. Someone just like me. Oh, it's just like, just like, just like, just like me.